Hallo liebe Serienjunkies da draußen! Ja, es ist soweit, es startet endlich meine Serien-Serie. Und ich fange heute an mit den 10 Serien, von denen ich glaube, dass man sie sehen sollte. Untertitelung des ZDF, 2020 Also lasst euch auf jeden Fall inspirieren. Seid offen für Neues. Auch wenn man vielleicht ein Genre jetzt eher nicht so guckt, aber vielleicht ist ja die eine oder andere Serie dabei. Und damit es nicht so total öde wird, habe ich mir Folgendes überlegt. Zuerst habe ich die 10 Serien in die entsprechenden Genres geteilt, also Comedy, Drama, Fantasy etc. Danach werde ich euch so ein bisschen was erzählen. Ganz kurz, wirklich nur so in zwei Sätzen, um was es in der Serie geht. Und dann werde ich euch die Trailer zeigen. Darf ich natürlich nicht in meine Videos einbauen, weil kommt direkt die Gamer und sagt, ey, nee, 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 nee. Aber dafür gibt es eine Lösung. Es gibt ja die sogenannten Playlists. Dieses System habe ich mir natürlich jetzt nicht ausgedacht. Ich habe es quasi abgeguckt und ja, da habe ich mich inspirieren lassen von einer netten YouTube-Kollegin Moin Jarmina. Sei gegrüßt an dieser Stelle. Ihren Kanal findet ihr auch hier verlinkt, beziehungsweise das Video, das mich dazu inspiriert hat. Denn das hat endlich das Problem gelöst, das ich nämlich immer hatte. Ich wollte dieses Video schon immer machen, aber das ging nicht, weil ich ja die Trailer nicht einbauen kann. Jetzt kann ich sie euch aber zeigen. Ihr braucht dafür nur Folgendes zu tun. Das Video wird auch gleich losgehen. Aber bevor wir beginnen können mit den Serien, müsst ihr hier auf diesen Link klicken. Wenn du jetzt natürlich am Handy, am Tablet oder wo auch immer bist, dann geht das natürlich nicht. Dann musst du einmal hier in die Infobox schauen, hier unten drunter. Dort öffnest du bitte einmal dieses kleine Feld und da findest du einen Link zu der Playlist. Dann brauchst du nichts weiter tun. Ich glaube, nein. Nein, auch am Handy nicht. Und wenn du am Computer bist, klick. Klick jetzt hier. Du klickst jetzt hier. Und dann geht das Video los. Ich glaube, ich gebe euch ein bisschen Zeit. Findet ja nicht jeder sofort den richtigen Button zum Draufklicken. Nimm dir Zeit. Hol dir was zu trinken. Mach dir noch ein Schnittchen. Bestell dir eine Pizza, weil das Video könnte echt ein bisschen lang werden. Das ist mal 10 Serien, 10 Trailer. Das hat schon was in sich. Ich hoffe, das gefällt euch, das Prinzip. Also ich finde es cool. Ja, ich finde es cool. Bereit? Dann klick jetzt hier.